Nachdem sich Sarah Lombardi erst kürzlich von ihrem Ex Roberto trennte, wurde fleißig über einen möglichen neuen Freund der 27-Jährigen spekuliert. Und in Fußballer Julian Büscher scheint Sarah nun auch wirklich ihre neue Liebe gefunden zu haben. Der Bild liegen nun nämlich Bilder von einem Fußballspiel des 26-Jährigen in Haltern vor, bei dem niemand Geringeres als die Weekend-Interpretin jubelnd im Publikum stand. Vom Spielfeldrand aus feuerte Sarah ihren Liebsten fleißig an und bekam zur Belohnung sogar einen äußerst leidenschaftlichen Kuss. Die Mutter des kleinen Alessio scheint auf den Bildern äußerst glücklich zu sein. Ein offizielles Statement von Sarah oder ihrem Management gibt es zwar noch nicht, dafür äußerte sich ihr Ex Pietro Lombardi gegenüber Bild zu dem Thema. Ist doch schön für Sarah, freute sich der Belladonna-Interpret für die Sängerin, fügte jedoch hinzu, dass er sich nicht ständig um das Leben seiner Ex kümmern kann. Nur wenn mein Sohn eine Rolle dabei spielt, stellte Pietro abschließend klar. Einer erfolgreichen Beziehung von Sarah und Julian steht also nichts im Weg.